Ich möchte nicht die Frau oder die Freundin eines kleinen Bankbeamten sein. Ich will nicht den ganzen Tag hinter der Schreibmaschine sitzen und Sorgen haben. Ich will mein Leben ein bisschen genießen können. Guten Morgen, Frau Entspieler. Guten Morgen, Herr Direktor. Wer war das? Das ist doch die Rektor Arrwein. Das ist die Rektor Arrwein.